Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Es sind ja jetzt schon ein paar da. Vielen Dank, dass ihr da seid. Freuen wir uns sehr. Ich stelle uns mal kurz vor, wer wir sind. Die Initiatoren sind die Kata, die Diana und ich. Die Kata ist vom Badischen Fußballverband und die Diana vom Südbadischen und ich vom BFV. Ja, und wenn ihr euch mit Kamera und Bild nicht zuschalten möchtet, dann könnt ihr den Chat benutzen. Aber das erklärt dann euch die Diana gleich nochmal. Ich möchte jetzt erst mal unsere Gäste vorstellen. Und zwar haben wir die Verena Schwerst, ist 33 Jahre alt, ist ihre Fußballanfänge, hat sie beim SC Kappel getätigt. Und war von 2001 bis 2006, soviel ich weiß, bei den U-Mannschaften der südbaltischen Auswahl. Und ihre Profivorene, also ihre Station, dann sozusagen in ihrer Profikarriere, hatte sie beim SC Freiburg, beim VfL Wolfsburg und beim FC Bayern. Falls irgendwas falsch ist, Marina, grätsch gerne dazwischen. Ja, und dann darüber hinaus war sie eine Nationalspielerin und hatte einige Erfolge mit dem SC Bayern zu buchen. Und zwar war sie zweimal Champions League Siegerin. Mit dem VfL? Bitte? Mit dem VfL Wolfsburg. Ah, sorry. Dann so rum. Genau, und natürlich Meisterschaft und Pokalaufolge. Also da hatte ich einiges. Einiges. Ja, mittlerweile bist du im Fußballwohlstand, studierst gerade noch nebenher und hast einen kleinen Sohn und bist auch regelmäßig als Fußballexpertin im Fernsehen zu sehen. Und du schreibst sogar auch noch Kolumnen für Kicker, also dir wird nicht langweilig. Dann mache ich weiter mit Tabea. Die Tabea ist ein Vorbild aus dem Badischen Fußballverband. 26 Jahre alt und Stürmerin beim VfL Wolfsburg. Mit fünf hat sie beim Karlsruher SV angefangen zu kicken. Danach ging es zu den B-Junioren der CSG Hoffenheim, wo du dann auch schon deutsche U17-Meisterin wurdest. Sie durchlief alle Juniorinnen-Auswahlen beim BfV und trainiert bis zur C-Jugend bei den Jungs am DFB-Stützpunkt. Deine größten Erfolge waren Bundesliga-Aufstieg mit der TSG Hoffenheim, Deutsche Meisterschaft sowie Pokalsieg mit dem VfL Wolfsburg und letztes Jahr Vize-Europameisterin mit der A-Nationalmannschaft. Unsere zwei vom BfV aus. Ah, da sind sie. Hallo, ihr zwei. Cool, also und jetzt als die zwei Letzten im Bunde sind die Lara und die Leida Artigets, die Zwillinge vom BfV, die bis zu 18 als in der BfV-Auswahl gespielt haben und beim FSV Weibling, wenn nur 15 Jungs, tätig waren. Sind beide 18 Jahre alt und sind jetzt Stammspielerin der U19-Nationalmannschaft. Die Dilara ist Abwehrspielerin und die Leida spielt im Mittelfeld. Und seit 2021 seid ihr jetzt bei der Eintracht Frankfurt unter Vertrag und habt letztes Jahr im Sommer in die erste Mannschaft geschafft. Glückwunsch dazu nochmal. Genau, also das sind unsere vier Gäste für diesen Abend. Und vielleicht noch ganz kurz zu unserer Kampagne Girls Kick It, wo ihr vier ja auch unter unseren Vorbildern seid. Die Kampagne haben wir letztes Jahr nach der Fußball-EM sozusagen oder währenddessen ins Leben gerufen. Die Kampagne soll einfach den Mädchenfußball sichtbarer machen und wir wollen einfach dadurch die Reichweite nochmal steigern. Ja, den Frauenfußball bekannter machen, dass einfach noch mehr Mädchen den Weg zum Fußball finden. Und ja, da werden wir jetzt oder machen wir jetzt seitdem jeden Mittwoch bei Mädels Mittwoch ein Thema zum Frauenfußball informieren. Haben jetzt auch eine Vereinsmap erstellt, wo gerade Mädels, die vielleicht noch nicht kicken oder wieder anfangen wollen zu kicken, in ihrem Umfeld einen Verein finden, um da wieder zu spielen. Wenn ihr auch so Kampagne-Fragen habt, könnt ihr die dann auch gerne stellen, also wie ihr dann möchtet. Und dann gebe ich jetzt weiter an die Diana, die jetzt erklärt, wie ihr eure Fragen loswerdet. Genau, also von mir auch erstmal noch ein schönes Hallo. Und zwar, wir fangen am besten so an, wenn ihr eine Frage habt, nehmt ihr am besten das Handhebesymbol bei Teams, falls ihr euch da auskennt. Falls ihr euch nicht auskennt, könnt ihr die Fragen natürlich auch über den Chat schreiben. Die Katha, die wird da immer mal wieder durchscrollen und die Fragen dann für euch stellen. Natürlich wäre es aber für uns und auch für unsere Vorbilder natürlich schöner, wenn ihr die Kameras anmachen würdet und auch persönlich dann übers Mikrofon eure persönlichen Fragen dann auch selber stellt. Ist aber wie gesagt kein Muss, auch wenn ihr einfach zu schüchtern seid, um euch so zu melden, dann gerne auch einfach über den Chat. Und dann noch eine Kleinigkeit, wenn ihr die Fragen stellt, dann dürft ihr gerne auch Namen nennen, wer jetzt antworten soll. Das hilft einfach ein bisschen zur Organisation, dass sich jemand direkt angesprochen fühlt. Und wenn einer von den anderen drei Mädels noch was zu ergänzen hat, darf diejenige das natürlich dann im Nachgang noch machen. Zum Starten fange ich jetzt einfach mal mit einer Frage an, dass ihr einfach mal ein bisschen hört, wie sowas laufen könnte. Genau. Und meine erste Frage wäre dann zunächst mal an Verena. Hattest du denn, als du noch Fußball gespielt hast, also jetzt auch vor dem Profibereich, auch noch in der Jugend andere Hobbys außer dem Fußball? Hallo erstmal an alle. Schau, du sprichst schon Badisch und ich verfalle auch direkt. Ich versuche jetzt aber trotzdem auf Hochdeutsch zu antworten, dass mich jeder versteht. Ja, tatsächlich kam ich aus einer Tischtennisfamilie. Also mein Opa hat schon Tischtennis gespielt, mein Papa und meine Schwester. Und ich habe das auch angefangen und bin so tatsächlich zum Fußball gekommen. Auch relativ spät. Ich habe erst mit elf Jahren angefangen mit dem Fußballspielen und musste mich dann tatsächlich auch irgendwann entscheiden, ob ich jetzt weiter Tischtennis spiele oder Fußball. Und dann hat mir der Fußball tatsächlich mehr Spaß gemacht. Ja, aber ich habe auch gern Tischtennis gespielt. Okay, super. Danke schon mal für die Antwort. Dann würde ich die nächste Frage einfach mal an Tabea weiterstellen. Was hältst du davon? Sollten Mädchen eher erst noch bei den Jungs kicken oder gibt es da vor? Gibt es da Nachteile? Ja, erstmal natürlich auch Hallo von meiner Seite. Ich glaube, das ist eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Aber ich glaube, pauschal würde ich sagen, wenn die Möglichkeit da ist, bei Jungs zu spielen, hat mir das zumindest persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe von den Bambinis an bis zur C-Jugend, wie gesagt, bei den Jungs gespielt, war auch immer eigentlich bei der gleichen Mannschaft. Also die Personen haben sich wenig verändert und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man kann vor allem in den jungen Jahren sehr viel lernen, was die Körperlichkeit oder was generell das Spielverständnis anbelangt. Und deswegen glaube ich, kann es auf jeden Fall ein Vorteil sein. Aber man muss natürlich auch individuell gucken, was für Möglichkeiten da sind. Für wen passt das? Für wen passt das nicht? Deswegen glaube ich, gibt es da kein richtig oder falsch. Aber wenn die Möglichkeit da ist, dann glaube ich, bietet sich das auf jeden Fall an. Auch danke an dich. Und dann jetzt noch von meiner Seite die letzte Frage noch an Ilaida und Ilara. Verratet uns doch mal, wie alt ihr wart, als ihr angefangen habt mit dem Fußball. Ja, auch von uns Hallo an alle. Wir haben mit sechs Jahren im Verein angefangen, Fußball zu spielen, aber wir haben schon im Kindergarten so ein bisschen rumgekickt, wenn man das so nennen kann. Okay, danke. Das war jetzt so mal der Einstieg, die ersten paar Fragen, dass ihr einfach mal gehört habt, was ihr so für Fragen stellen könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit euren Fragen. Wer sich traut, darf jetzt gerne einfach mal reinsprechen, würde ich sagen. Okay, in dem Fall, Katha, starten wir vielleicht mal mit den Fragen im Chat. Gibt es da welche? Ja, es gibt eine, die geht im Prinzip in die Richtung, die du auch schon angesprochen hast mit Mädchen- oder Jungsmannschaften. Also die Sally fragt, ob ihr lieber gegen Frauen- oder Männermannschaften spielt. Ich denke, das ist vielleicht auch noch auf die Jugend bezogen, was euch da lieber war. Geht jetzt an niemand bestimmten, also spricht einfach mal diejenige, die sich dazu aufgerufen fühlt. Dazu was zu sagen. Ich kann dazu gerne was sagen. Also wir haben mit Hoffenheim öfter gegen Jungsmannschaften gespielt, gerade in der Vorbereitung im Sommer oder im Winter. Und ja, es war immer spannend, weil im Sommer waren die Jungs irgendwie zwei Kopfe kleiner als dann im Winter, weil die sich dann so schnell den Wachstumsschub gemacht haben. Ja, es ist auf jeden Fall cool, es ist ein gutes Mittel, weil einfach, ja, die haben eine ganz andere Voraussetzung. Auf einem gewissen Alter ist es total schwer für uns, was die Schnelligkeit anbelangt, hinterherzukommen. Aber ich glaube, technisch und taktisch sind wir vielleicht manchmal auch einen Schritt voraus. Deswegen ist es ein cooles Mittel, das auch in der Vorbereitung einzusetzen. Ich fand es auch immer cool, gegen Jungs zu spielen, weil man irgendwie nichts zu verlieren hatte. Und weil die uns eigentlich immer so ein bisschen belächelt haben. Ah, Mädels und ja, eigentlich gehört die nicht auf den Fußballplatz. Aber man hat dann schnell gemerkt, dass sie das dann irgendwann nicht mehr so gesehen haben. Und ja, weil wir hart rangegangen sind. Und ich finde, gegen Jungs spielt man doch nochmal ein bisschen anders. Tabi, finde es nicht. Also oder auch Hilara und Ilaida. Also ich hatte immer noch mehr Motivation, gegen Jungs zu spielen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich Bock hatte, den Zweikampf zu gewinnen und denen auch zu zeigen, hey, wir können es auch. Das stimmt. Man hat nochmal eine ganz andere Motivation, in die Zweikämpfe zu gehen. Das stimmt. Ja, und ich habe es früher auch vermisst, weil ich habe tatsächlich nicht bei den Jungs angefangen zu spielen. Ich bin direkt in eine Mädchenmannschaft gegangen, weil ich gar nicht wusste, dass es das gab. Oder dass es die Möglichkeit gab. Beziehungsweise, weil es bei uns im Vereinen halt direkt die Möglichkeit gab, mit Mädels zu spielen. Also da gab es ganz viele Mädelsmannschaften. Und demnach habe ich auch nur mit Mädels gespielt. Und ja, eher mit Jungs dann auf den Bolzplatz gekickt. Ja, also ich kann hier auch nur für beide sprechen. Ich glaube, die Hilara und ich haben es auch am Ende mehr gefühlt, gegen Jungs zu spielen, weil wir es halt eben mit den Zweikämpfen doch schon mögen. Und in dem Fall eben auch einfach nur zeigen, weil das immer nur so blöde Sprüche sind. Und wer halt eben genauso gut sein kann wie die. Dann haben wir jetzt tatsächlich die Marlene. Die hat sich gemeldet. Mach gerne mal deine Kamera und dein Mikro an und frag los. Ich habe eine Frage. Mit wie vielen Jahren habt ihr denn alle mit Fußball angefangen zu spielen? Ja, wie schon erwähnt, Elaina und ich haben mit sechs Jahren im Verein angefangen, Fußball zu spielen. Aber halt im Kindergarten so ein bisschen rumgekickt. Ich habe mit fünf angefangen und bin dann zu den Jungs gegangen. Und ich mit elf, also relativ spät. Aber hat ja nichts zu sagen. Ich habe gleich noch eine Frage aus dem Chat an die Verena. Welcher Fußballer war dein Vorbild als Kind? Gab es überhaupt ein Vorbild? Boah, also ich erinnere mich immer noch, dass ich halt Fußball geguckt habe und dann habe immer nur der FC Bayern gespielt. Und irgendwie fand ich Michael Ballack ganz cool. Aber zu der Zeit fand ich auch alle irgendwie ganz cool, die da gespielt haben in der Mannschaft. Giovane Elber und Oliver Kahn. Also ja, ich glaube, ich fand Fußball an sich super und hatte jetzt nicht unbedingt ein Vorbild. Eine Frage von der Judith Peters. Die geht auch an niemanden konkret. Vielleicht fangen die die Lara und die Leiter mal an. Die Frage ist, wie oft habt ihr pro Woche trainiert? Ich denke, da geht es auch noch um die Jugendzeit. Falls nicht, bitte noch mal kurz konkretisieren. Aber genau, ich denke, da geht es um die Anfänge. Ja, also in der Jugendzeit hatten wir meist immer nur dreimal in der Woche Training oder zweimal. Also da war die Belastung noch nicht so hoch. Deswegen hat es sich da in Grenzen gehalten. So, dann die nächste Frage geht wieder an die Verena. Ja, was hältst du von Rudi Völler als Retter in Anführungszeichen? Ja, da geht es vermutlich um seine Funktion beim DFB. Ja, ich finde, dass sich der DFB das relativ einfach gemacht hat. Also das war jetzt irgendwie die naheliegendste Lösung. Das wusste auch irgendwie aus der Gruppe schon jeder, dass es am Ende Rudi Völler wird. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht überrascht. Aber ich finde, wie gesagt, haben sie sich zu einfach gemacht. Und man hat nicht das Gefühl, dass der DFB jetzt da mal irgendwie was verändern will, da frischen Wind reinbringen möchte. Und ja, Rudi Völler hat ja irgendwie schon ein Zitat gegeben von wegen, in 18 Monaten wird die Mannschaft auf einem Top-Niveau sein und wir werden irgendwie um Titel spielen. Und ja, wie ihr alle wisst, ist die WM im Sommer in Australien und Neuseeland. Und ja, dieses Zitat hat mich dann einfach schon gestört, weil es wieder nur um den Männerfußball geht. Und ja, ich finde, es wird nicht ausgebrochen aus alten Strukturen. Daher finde ich die Lösung nicht optimal. Okay, da gibt es jetzt gerade keine weiteren Fragen im Chat. Wenn sich jetzt gerade keiner mehr meldet, Diana, dann machen wir einfach mal. Mach ich einfach mal. Okay. Dann stelle ich meine Frage jetzt mal an Tabea noch. Wolltest du schon immer Profifußballerin werden? So pauschal würde ich das nicht sagen. Ich glaube, ich habe Fußball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und ja, dann ging es irgendwie immer weiter. Und ja, dann hat es auch nicht aufgehört, Spaß zu machen, sondern es ging immer weiter. Und dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber. Vielleicht können in der Zeit ja nochmal die anderen drei nochmal sagen, ob es schon für sie immer der Traum war, Profifußballerin zu werden. Oder ob sich das auch eher so ergeben hat. Ja, also als wir mit dem Fußball angefangen haben zu spielen, war das nicht unser Plan, Fußballprofi zu werden. Aber als es so ein bisschen ernster wurde, haben wir schon gemerkt, okay, das ist unser Ziel und danach streben wir. Bei mir war es ähnlich wie Tabea. Mir hat es einfach Spaß gemacht und deswegen bin ich dran geblieben. Ich war auch super ehrgeizig und diszipliniert, schon in jungen Jahren. Ja, aber wenn meine Eltern mich nicht unterstützt hätten, dann wäre das auch nicht möglich gewesen, weil ich dann nach Freiburg fahren musste und zum Stützpunkttraining auch relativ weit fahren musste. Und ja, ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das nicht möglich gewesen. Aber ja, ich fand es dann cool, Fußball zu spielen und es war echt ein Privileg. Ja, es war eine gute Zeit. Wann ist denn hilfreich, als Mädchen in welcher Jugend zu einem gewissen Verein zu wechseln? Also was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, so jetzt vom Heimatverein zu einem Next Best oder höherklassigeren Verein zu wechseln? Also bei mir lief das ehrlich gesagt über den Trainer. Ich habe mir da selber gar keine Gedanken gemacht. Daher hat mich ein Trainer angesprochen, hey, wie wäre es mal, wenn du beim SC Freiburg dich mal meldest oder wir melden uns bei denen und du machst da mal ein Probetraining. Du bist da talentiert, vielleicht wird es ja was. Ja, so hat das bei mir angefangen. Aber ich weiß gar nicht, wann bin ich denn zum SC gegangen? Ich glaube, 2008 bin ich dann zu den B-Mädels gewechselt. Und zwei Jahre später habe ich dann Rundepiel gespielt. Ja, bei mir ging das auch über den Trainer. Das war mein damaliger Stützpunkttrainer, der Jürgen Ermann. Und der hat dann gesagt, ob ich nicht mal nach Hoffenheim kommen möchte. Und ja, da bin ich hingegangen und lange geblieben. Ja, genau bei uns hat das angefangen, als wir in unserem alten Verein gespielt haben, dass wir relativ gemerkt haben, dass über unsere Ausfalltrainerinnen das Feedback kam, dass wir auf jeden Fall noch in einer Jungsliga höher spielen könnten, sogar zwei. Und dann haben wir uns damals eben in Weblingen umgeschaut und dann haben wir dann auch relativ den Step zu den Jungs dort nochmal gemacht und haben dann auch dort nochmal in der zweiten und in der höchsten Liga mit den Jungs gespielt, bevor wir dann zu den Frauen gegangen sind. Jetzt gibt es wieder einige Fragen im Chat. Los geht es mit der Frage von der Jule. Wart ihr in eurer Jugend viele Mädchen im Mädchenverein? Vielleicht kannst du das beantworten, Verena. Du hast ja in einer Mädchenmannschaft gespielt, hast du gesagt. Ja, bei uns gab es tatsächlich zwei Mädchenmannschaften. Daher haben sich da viele, zumindest damals noch, für den Fußball interessiert. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so. Heute gibt es nur noch eine Mannschaft, eine Frauenmannschaft. Und das war es. Also keine mehr in der Jugend. Daher, ja, bei uns gab es einige, die Lust am Fußball hatten. Dann die nächste Frage geht an die Tabea. Macht ihr außerhalb des Mannschaftstrainings noch extra Einheiten zu Hause? Gibt der Trainer was mit? Ja, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, individuell noch mit den Trainern zu arbeiten oder individuell zu sagen, okay, ich bleibe jetzt noch fünf bis zehn Minuten länger auf dem Platz oder ich gehe fünf Minuten früher raus. Das kann jeder machen, wie er möchte. Und jeder weiß ja auch, an was er noch arbeiten möchte oder an was es noch zu arbeiten gilt. Und deswegen ist die Möglichkeit auf jeden Fall da. Wenn natürlich Zeit dafür ist, wenn man jetzt drei Spiele die Woche hat, dann muss man natürlich schon auch ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel wird. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich. Und das Angebot nehmen auch viele wahr, dass man eben danach noch seien, fünf Minuten oder so eben an ein paar gezielten Dingen dann arbeitet. Dann habe ich eine Frage, die würde ich jetzt einfach mal der Dilara und der Id Leida zuspielen und zwar von der Viola. Die möchte wissen, was haltet ihr davon, wenn Spielerinnen mit Sportstipendium an eine US-Uni gehen? Machen das viele in eurem Umfeld? Ist das hilfreich für die Karriere in Deutschland? Denkt es in eurem Alter vielleicht gar nicht so unüblich, wenn ihr dazu mal was sagen könntet? Ja, also wir kennen schon ein paar Freunde oder Mitspielerinnen jetzt gerade aus der Nationalmannschaft, die schon mal in Amerika waren oder die sich das überlegen. Und ich glaube, für die eine oder andere ist es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die man da in Amerika machen kann. Zumal man einfach das Stipendium und den Fußball unter einem Hut hat und weil der Fußball dort auch ganz anders ist und viel athletischer ist und wenn man dann da sein Studium absolviert hat, dass man wieder nach Deutschland zurückkommen kann. Da haben wir auch ein paar in der Mannschaft, die das gemacht haben. Und wenn man die fragt, wie es dort war, würden sie es auf jeden Fall vielen weiterempfehlen. Und das ist aber, glaube ich, auch eine Typsache. Wie offen bin ich für was Neues oder wie kann ich damit umgehen, auf einem anderen Kontinent zu leben? Aber ich denke, das wäre schon mal eine Option, das mal zu machen. Oder für Spielerinnen, die sagen, okay, mir reicht es mal langsam hier in Deutschland, dass sie sagen, ich brauche was Neues und ich gehe nach Amerika. So, ich würde sagen, wir schieben mal die Handmeldungen zwischen rein, dass ich nicht hier nur aus dem Chat vorlese. Die Laila hat die Hand gehoben. Wenn du dein Mikro und deine Kamera anmachst, dann darfst du deine Frage selber stellen. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt sieht, aber ich hätte eine Frage dazu, ob der vielleicht manchmal so Angst hat vor dem Spiel, also vor allem in der Nationalmannschaft. Keine Ahnung, dass sie so einen Fehler macht und was weiß ich, wie das so doof vorkommt, wisst ihr? Also ich glaube schon, dass man natürlich immer eine Grundnervosität hat vor gewissen Spielen. Aber sobald man dann auf dem Platz steht, kann ich nur für mich sprechen, dass dann sowieso alles irgendwie so ein bisschen automatisch läuft, dass man ja dann auch so in den Situationen drin ist, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat zum Nachdenken im besten Fall. Aber ich glaube schon, dass man die eine oder andere Nervosität immer, dass sie immer im Spiel ist. Und ja, dann geht man auf den Platz, spielt Fußball und dann läuft das meistens und hoffentlich. Dann hat sich noch Tessa und Marlene gemeldet. Ich habe eine Frage an Tabea. Hast du einen Hund? Die Marlene hat noch eine Frage. Und zwar, welches war bisher dein wichtigstes Tor, das du geschossen hast? Auch an die Tabea. Erstmal habt ihr natürlich ganz schöne Trikots an, was ich da sehe. Die gefallen mir sehr gut. Und ja, ich habe einen Hund. Ich habe einen Labrador, die Mila. Und das wichtigste Tor, ich glaube, das Tor, was auf jeden Fall mit sehr vielen Emotionen verbunden war, war letzte Saison, als wir gegen Chelsea in der Gruppenphase gespielt haben und wir doch verhältnismäßig hoch gewinnen mussten und es dann noch geschafft haben. Und das war das 3-0 war es, glaube ich. Und normal bin ich jetzt nicht so die Person, die so zu riesigen Torjubeln bekannt ist. Aber da waren dann doch sehr viele Emotionen im Spiel. Und ich glaube, das war schon ein sehr besonderes Spiel. Okay, vielen Dank. Gut, dann mache ich weiter mit einer Frage aus dem Chat an die Verena. Wie machst du das mit deinem Kind? Wie oft trainierst du in der Woche, seitdem du ein Kind hast? Ja, wie man ja im Sommer mitbekommen hat, wollte ich nochmal auf den Fußballplatz. Und in der Zeit war es tatsächlich gar nicht so einfach, weil der Toni noch nicht in der Kita war. Das heißt, der war zu Hause und ich musste meine Trainings irgendwie versuchen, ganz früh morgens zu machen oder relativ spät abends, dass man nicht so viel Zeit dazwischen verstreichen lässt. Und klar, ich habe natürlich auch einen berufstätigen Mann, der musste ja auch arbeiten. Deswegen bin ich meistens immer um sieben aus dem Haus gegangen und um neun wieder gekommen. Und dann ist mein Mann zur Arbeit gegangen oder abends dann um 18 Uhr zum Training gefahren, wo ich dann bei einer Jugendsmannschaft mittrainiert habe. Und ja, das war sehr zeitaufwendig und war nicht immer so einfach, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und derzeit trainiere ich nicht mehr so viel, weil ich eine kleine OP hatte und weil ich ständig krank bin, weil mein kleines Kind jetzt in der Kita ist und ganz viele Kinderviren mit nach Hause bringt. Und ja, das lässt es gerade nicht so zu, aber deswegen fokussiere ich mich jetzt eher gerade aufs Studium. Gut, dann die nächste Frage geht an die Lara und Ileida. Wie habt ihr den Sprung vom FSV Weiblingen zu Frankfurt geschafft? Ja, also die Frage ist ganz simpel zu beantworten. Die Eintracht hat uns über ein paar Spiele von Weiblingen gescoutet und hat sich dann bei unseren Eltern gemeldet. Und dann haben wir uns zu ein paar Gesprächen getroffen und dann kam es ja so, dass wir jetzt bei der Eintracht spielen. Kürz und knackig und gut beantwortet. An Tabea, gibt es bestimmte Rituale vor einem Bundesligaspiel für dich? Nee, ich habe tatsächlich keine bestimmten Rituale. Noch kürzer, aber auch in Ordnung. Die nächste Frage wäre, ob ihr einfach von selbst angefangen habt, Fußball zu spielen oder wegen jemand anderem. Also ob euch jemand dazu motiviert hat, ob ihr vielleicht Freunde hattet, die auch gekickt haben. Verena, wenn du anfangen möchtest. Bei mir kam es tatsächlich über den Tischtennisverein. Da haben die Jungs danach immer Fußball gespielt und ich war das einzige Mädel, was immer mitgekickt hat. Ich hatte dann so viel Spaß, dass ich dann meine Eltern vor vollendete Tatsachen gesetzt habe und gesagt habe, ich gehe jetzt zum Fußball. Und die fanden das am Anfang tatsächlich nicht so cool. Und mein Dad hat tatsächlich gesagt, ja, ja, die kommt eh zurück, wenn die die Ersten auf das Schienenbein bekommt. Und, ja, scheint mir nicht so viel ausgemacht zu haben. Ich bin dabei geblieben und, ja, dann waren sie am Ende natürlich die größten Unterstützer. Ja, doch. Der Freundschlag ist auch so ein bisschen in der Familie. Also unsere große Schwester hat Fußball gespielt. Aber, ja, wir haben einfach im Kindergarten viel mit den Jungs einfach Fußball gespielt, haben dazugeguckt und dann haben wir einfach mitgemacht. Ich bin damals mit meinem Nachbarn mitgegangen. Der ist zum Fußball gegangen und da wollte ich mit. Okay, Tabea, das Wort bleibt gleich bei dir. Die nächste Frage geht an dich. Gibt es psychologische Hilfe für kritische Situationen, Torschuss, Elfmeter, Chancenverwertung? Ist das allgemein üblich? Generell haben wir jetzt beim VfL Wolfsburg oder auch bei der Nationalmannschaft schon sportpsychologische Unterstützung. Und die kann man eben dann so nutzen, wie man das braucht. Wenn es vielleicht jemand für den Elfmeter braucht oder für den Torschuss, dann kann man das auch dafür benutzen. Aber das ist ganz individuell. Jeder hat da ja seine eigenen Bedürfnisse und da kann man dann das auf jeden Fall nutzen. Und ich bin aber sehr dankbar, dass es die Möglichkeiten eben auch gibt, weil ich glaube, dass gerade der Kopf und die Psyche eine sehr, sehr große Rolle spielen. So, dann fragt die Carla, was war euer schwerster Gegner? Ich würde jetzt in diesem Fall mal die Dilara und die Elida bitten, anzufangen. Aber es darf dann wieder jeder von euch vier antworten. Ja, also ich würde sagen, bei den Jugendvereinen, bei den Jungs, waren es halt immer die größten Vereine. Also die NLZs zum Beispiel, auch die Stuttgart, hier ist Glockenheim. Und ja, jetzt würde ich hier im Frauenbereich sagen, VfL Wolfsburg, Bayern. Ich glaube, da gehören die ganzen Top-Teams auf jeden Fall dazu. Ja, generell glaube ich, hatte man wahrscheinlich in jedem Altersbereich irgendwelche Gegner, die die schwersten waren. Und so ist ja irgendwie, ja, jedes Spiel für sich auch nochmal eine Herausforderung. Deswegen glaube ich, kann ich jetzt gar nicht so generell sagen. Klar, so wie es die beiden gerade gesagt haben, dass es natürlich dann immer die Favoriten oder die vermeintlichen Favoriten gibt. Aber das ist ja auch manchmal die Herausforderung, dass man dann vielleicht auch mal den Favoriten schlagen kann. Ich fand jetzt gerade so auf internationaler Ebene die Spiele gegen Amerika die herausforderndsten und die schwierigsten Gegner. Und klar, national, wie alle anderen schon gesagt haben, war eigentlich immer so Bayern-Wolfsburg. Als ich bei Freiburg gespielt habe, war es gegen jeden schwer, weil wir um den Abstieg gespielt haben. Dann gibt es eine Frage zur Sichtung. Schauen oft Scouts bei einem Spiel zu. Die Frage geht an alle, insofern ihr das einschätzen könnt. Also ich glaube, mittlerweile ist es schon echt zur Normalität geworden, dass immer mal jemand bei wichtigen Spielen von auch U-Teams vorbeischaut. Allerdings kennt man die dann nicht so wie bei den Männern. Ja, aber war ja dann bei euch, Ilara und Ilaida, auch so. Also gehe ich davon aus, dass es in anderen Bundesländern auch so ist. Weil ganz viele, also das weiß ich, dass auch ganz viele schon unter Vertrag genommen werden, bei verschiedenen Beratern. Also teilweise schon mit 15, 16. Daher müssen da Scouts irgendwo unterwegs sein. Habt ihr die gesehen damals, als ihr gescoutet wurdet? Oder vielleicht auch schon früher, bevor ihr dann den Sprung geschafft habt? Nee, also grundsätzlich haben wir da auch gar nicht drauf geachtet. Aber man kennt die Scouts auch nicht, weil es sind meistens gar nicht Trainer von den Vereinen, die da zu gucken, sondern es sind extra Leute, die da im Verein angestellt sind. Und da haben wir jetzt nichts gesehen oder es ist uns irgendwas aufgefallen. Okay, es gibt noch eine Frage an Verena. Wer war dein unangenehmster Gegner? Also die Vereine haben wir ja schon abgeklappert im Prinzip. Vielleicht hattest du eine Gegenspielerin, mit der du es immer zu tun bekommen hast, wenn wir es mal darauf münzen. Schwierig. Ich hatte das Glück, dass ich immer relativ schnell war. Von dem her war es jetzt nicht so, dass alle an mir vorbeigezogen sind. Allerdings erraten das technisch versierte Spielerinnen. Wenn man denkt, als Abwehrspielerin hat man den Ball und dann macht man einen Schritt und dann wirst du getunnelt und dann sind sie weg. Ich glaube, Carolin Graham Hansen war das damals. Gegen die fand ich es echt schwierig. Also ich habe erst mit ihr gespielt und davor gegen sie. Und das war immer ein bisschen, ja, war schon ein Fight. Aber sonst fällt mir jetzt gerade niemand ein. Okay, dann gibt es noch die Frage, ob ihr schon mal ein Derby gespielt habt. Tabea, wenn du anfangen würdest. Ja, mit Hoffenheim war das natürlich immer gegen Freiburg. Da haben wir immer ein Derby gehabt. Und jetzt mit Wolfsburg gibt es jetzt ein Lokalderby. Jetzt nicht wirklich. Seitdem Verena, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, länger, als ich in Wolfsburg gespielt. Es sei denn, man sagt jetzt irgendwie in der Liga, dann wäre es wahrscheinlich Wolfsburg gegen Bayern aktuell. Aber genau deswegen, das, was eigentlich immer so in Hoffenheim in Erinnerung geblieben ist, war gegen Freiburg. Wir haben immer gewonnen, oder? Kommt drauf an. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, wir haben noch eine herbe Halbfinale-Niederlage im Pokal hinnehmen müssen. Und zwar, da waren wir mit Hoffenheim das erste Mal im Pokal-Halbfinale und waren, glaube ich, alle ein bisschen überfordert mit der Situation. Und dann hat Freiburg gewonnen und war das erste Mal im Pokal-Niederlage. Aber ich glaube, da warst du nicht mehr in Freiburg. Ja, ich glaube auch. Okay, dann die nächste Frage ist, wie eure Beziehung zu den männlichen Fußballern in eurem Verein ist. Ist das ein Nebeneinander oder ein Miteinander? Gucken die auch mal bei euch zu? Also, tatsächlich gucken schon ab und an Spieler bei uns zu. Auch jetzt gerade, wenn wir öfter im großen Stadion in der Volkswagen-Arena gespielt haben, war es schon so, dass ab und an welche zugeguckt haben. Und ansonsten ist es so, dass manchmal der VfL auch Events organisiert, wo dann ja beide Profiteams da sind. Und da läuft man sich ab und an über den Weg. Aber generell sind die Trainingszentren an zwei verschiedenen Orten. Ich glaube, das ist ja auch gerade so ein bisschen die Diskussion, dass es eher noch nebeneinander ist und dass es mehr und mehr hin zum Miteinander gehen sollte. Und dass da einfach nicht so eine große Kluft entsteht. Aber ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren viel, viel besser, weil das Potenzial im Frauenfußball so gut ist. Und ich glaube, dass auch jetzt die Männervereine sehen müssen. Also, wir sind ja jetzt seit diesem Jahr an den Deutschen Bankpark gezogen und wir nutzen die gleichen Trainingsplätze wie die Männer. Und ja, da sieht man sich ab und zu mal, aber wirklich miteinander reden tut man jetzt nicht. Aber zum Beispiel Martin Hinteregger, der war oft mal bei Spielen zugucken. Ja, aber grundsätzlich ist da der Kontakt jetzt noch nicht so eng. Hier kam gerade noch eine Frage rein an die Lara. Gibt es einen speziellen Tipp als Abwehrspielerin? Also grundsätzlich nicht. Also man arbeitet halt viel im taktischen Bereich und es kommt natürlich darauf an, wo man in der Verteidigung spielt, ob innen oder außen. Da gibt es schon ein paar Bereiche, die man auf jeden Fall lernt, wie das Abwehrverhalten ist beim 1 gegen 1 oder bei einem langen Ball. Also da gibt es schon ein paar Dinge, die man umsetzen kann. Und was ich jetzt speziell als Tipp geben würde, wäre halt die taktischen Dinge einfach theoretisch, aber auch praktisch durchzugehen. Und umso öfter man das halt übt, umso besser wird man da hin. Daran anschließend vielleicht gleich die nächste Frage. Auf den Trainer oder eure Trainer bezogen. Welchem Trainer in eurer gesamten Karriere seid ihr besonders dankbar und warum? Oder anders gefragt, was können die TrainerInnen hier im Chat gut machen in ihrem Job? Verena, möchtest du anfangen, bitte? Ich finde, die Trainerposition ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn ich jetzt so an meine Karriere zurückdenke, dann hatte ich schon viele Förderer, die mich da unterstützt haben auf meinem Weg. Sei es beim SC Freiburg war es Alex Fischinger, beim VfL Wolfsburg war es Ralf Kellermann und beim FC Bayern war es Tom Wörle. Und natürlich ist der Trainer der, der am Ende die beste Elf aufstellt. Und als Fußballerin will man natürlich spielen und unter den ersten Elf sein. Und ja, manchmal ist es aber auch super schwierig für einen Trainer, weil er halt 22 gute Spielerinnen hat. Und dann ist es, glaube ich, als Trainer ganz, ganz wichtig, wenn man auf der kommunikativen Ebene gut ist. Ich glaube, das ist das A und O, dass man alle irgendwie mitnimmt in ein Boot. Und gar nicht so die Elfspielerinnen, die auf dem Platz stehen, weil die sind selbstbewusst und wissen, wo sie stehen, sondern eher die, die auf der Bank sitzen, weil die den schwierigsten Job haben, aber genauso wichtig für ein Team sind. Und ich glaube, da sollten die Trainer vermehrt ansetzen. Aber klar, ein Trainer sollte natürlich auch im technischen, taktischen Bereich gut sein. Aber ja, jetzt können wir anderen mal noch sagen. Ja, also ich kann Verena da eigentlich nur zustimmen. Also ich hatte auch wirklich Glück, würde ich sagen, mit meinen Trainern, die ich bisher hatte. Meine Mama war auch meine Trainerin am Anfang. Das war auch eine schöne Erfahrung. Und ansonsten hatte ich sowohl in Hoffenheim einfach mit dem Jürgen Ehrmann oder auch mit dem Trainer in der zweiten Mannschaft, mit Sigi Becker und dann auch mit dem Gabor immer Trainer, die einem wirklich unterstützt haben und auf dem weiteren Weg geholfen haben. Und jetzt in Wolfsburg mit Tommy und dem gesamten Trainerstab ist es eben auch das, was Verena meinte. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man ja Vertrauen auch, dass man das Vertrauen der Trainer spürt, weil ich glaube, dass zumindest bei mir so ist, wenn ich das Vertrauen von dem Trainerteam spüre, dass man dann schon einfach eine ganz andere Leistung auf den Platz bringt. Und auch eben das, was Verena sagt, ich glaube, eine Wertschätzung einfach allen Spielern und Spielerinnen gegenüber, einfach eben auch die, die auf der Bank sitzen, weil für die ist es wirklich ein knochenharter Job, weil es ist nicht immer einfach. Und das sind aber meistens dann in relevanten Spielen die Spielerinnen, die das Spiel dann eventuell aber entscheiden. Und deswegen müssen da immer alle mitgenommen werden und offen kommuniziert werden. Und das ist dann das, glaube ich, was so ein bisschen das Geheimrezept ist. Einfach offen und transparent reden. Vielleicht auch ein Stück weit, wenn man es erklären kann, vielleicht auch einfach mal erklären oder auch einfach mal sagen, okay, es ist ein Bauchgefühl, warum du jetzt nicht spielst. Aber einfach zu wissen, okay, man ist Teil der Mannschaft, man wird wertgeschätzt und die Trainer vertrauen mir. Wenn ich jetzt auf den Platz komme, dann stehen sie zu 100 Prozent hinter mir. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Ja, also ich kann die Aussagen nur teilen. Ich glaube, vor allem auch als junge Spielerin ist es auch meist wichtig, dass man eben Vertrauen für den Trainer bekommt und man weiß, dass der Trainer hinter einem steht und einem auch immer weiterhelfen wird. Gut, dann haben wir eine Frage an Tabea. Ja, auf welchen Titel bist du besonders stolz? Gibt es einen, den du da herausheben kannst? Ja, also ich glaube schon, dass es letzte Saison einfach was Besonderes war, das erste Mal Pokalsieger zu werden, das erste Mal auch Deutscher Meister zu werden. Ja, deswegen glaube ich, sind es ja auch im aktiven Bereich meine ersten beiden großen Titel. Und ich glaube, ja, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich hoffe, dass diese Saison vielleicht noch ein paar Titel dazu kommen. Und dann, Elayda, würdest du nochmal sagen, auf welcher Position du spielst? Es wurde eben akustisch nicht richtig verstanden und euer Nachname interessiert, die Carla. Also zu meiner Position, ich spiele im Defensiv- oder Offensiv-Mittelfeld, also auf der 6 oder auf der 8. Und zu unserem Nachnamen ist es natürlich ein bisschen kompliziert, weil es ein ausländischer Nachname ist. Aber man spricht eben achiges aus. Gut, dann würde ich sagen, wir bleiben mal kurz bei den Positionen. Vielleicht, Verena, willst du kurz anfangen, zu erzählen, wie das mit den Positionen so läuft? Hat man da von Anfang an seine feste Position und die bleibt dann für die ganze Karriere? Oder wie wird da rotiert? Als ich angefangen habe, habe ich gefühlt überall gespielt und nirgends. Und ansonsten war ich dann schon, ja, schnelle Spielerinnen kommen eher über die Außen. Aber das heißt dann nicht, dass eine Innenverteidigerin nicht schnell ist. Also ich finde, es kommt dann auch auf den Trainer an, wo er dich sieht. Und natürlich auch, was für Stärken und Schwächen du hast. Und natürlich auch auf die Mannschaft drumherum. Was können die anderen Spielerinnen und wo setzt man dich jetzt eigentlich am besten ein, dass du der Mannschaft am besten weiterhilfst? Deswegen, also meine Positionen waren eigentlich immer, durch das, dass ich Linksfuß war, war es eigentlich klar, dass ich auf der linken Seite spielen muss. Auf der anderen Seite können Linksfüße auch auf der rechten Seite spielen. Ich sehe Arjen Robben zum Beispiel, der dann immer nach innen gezogen ist und dann mit dem guten Linken abgezogen hat. Aber ich habe eigentlich immer hinten links gespielt und würde auch sagen, dass so die linke Seite, egal ob vorne oder hinten, ja, so die beste Position für mich war. Ja, ich glaube, da kann man eigentlich nur zustimmen, dass man wahrscheinlich irgendwann mal auf irgendeine Position gestellt wird und dann bleibt man da oder man wechselt die auch. Also ich glaube, ich habe auch schon, außer jetzt Innenverteidiger, relativ viel schon gespielt gehabt. Ja, aber vermehrt dann im Sturm oder eben bei mir war es dann die rechte Außenbahn. Also ich weiß noch, dass ich damals in Hoffenheim als rechter Außenverteidiger in die erste Mannschaft hochgekommen bin, habe dann aber, glaube ich, mein zweites oder drittes Spiel im Sturm gemacht und bin dann irgendwann auf der rechten Außenbahn in Hoffenheim gelandet. Und ja, habe dann aber, wie gesagt, auch in Wolfsburg letzte Saison viel im Sturm gespielt. Und ich glaube, so wie Verena das sagt, es ist natürlich auch viel einfach, was man für Qualitäten mitbringt, was das Spielsystem hergibt, was der Trainer sehen möchte und ja, auch wie die Mitspieler einen einsetzen können am besten oder wie man am besten mit den Mitspielern harmoniert. Harmoniert? Ja. Und genau, deswegen ist es, glaube ich, man hat seine Stärken und die muss man halt gucken, dass die am besten zur Position passen. Okay, danke euch. Dann vielleicht mal eher noch mal ins Jugendalter zurück. Wie war das mit verschiedenen Auswahl, Lehrgängen und der Schule und hatte man da auch noch Zeit für andere Hobbys, wie Freunde oder Instrumenten lernen oder sowas in der Art? Ja, also wir gehen ja jetzt noch aktiv in die Schule und das ist natürlich eine große Last, die man auf sich nimmt und das ist nicht immer ganz einfach, aber dadurch, dass wir auf einer Elite-Schule des Fußballs sind, werden wir da auch gut unterstützt, auch mit dem Training und mit den Freistellungen fürs Training. Ja, also oder auf Lehrgängen, natürlich ist es schwer, aber hier beim DFB wird angeboten, dass man in den Unterricht gehen kann. Also wir sind dann immer zwei Lehrer dabei und bekommen immer ein Zeitfenster und für jeden Lehrgang eine angegebene Minutenanzahl, die wir in der Schule verbringen müssen und dadurch können wir dann nicht alles, aber vieles von der Schule nachholen. Ja, und das hilft dann schon sehr. Oder über die Sporthilfe kann man auch nach Nachhilfe fragen oder grundsätzlich an Dingen, die man eventuell noch gebrauchen könnte. Weil da ist man echt gut aufgestellt und wird sehr unterstützt. Anknüpfend an, dass ihr ja gerade auf Lehrgang seid, ihr zwei, die Lehrer, die Leiter, könnt ihr mal kurz vielleicht erzählen, was seid ihr, was macht ihr da, wie lang seid ihr da noch? Ja, also wir sind jetzt gerade auch bei einem Taller-Lehrgang der 19-Nationalmannschaft. Wir haben uns bereits schon am Sonntag getroffen und der Lehrgang geht noch bis morgen. Wir hatten heute auch schon ein Spiel gegen Altag Frankfurt. Ja, der Lehrgang hier dient jetzt dazu, dass wir die neue Mannschaft in den Lehrgang 040-0 filmen und dementsprechend die EM-Qualifikation schaffen, um dann eben bei der EM teilzunehmen und uns dort dann für die U20-WM zu qualifizieren. Ich habe die nächste Frage aus dem Chat. Andi Tabea, habt ihr ein persönliches Ernährungsprogramm? Ist das auf jeden abgestimmt? Nee, also wir haben kein Ernährungsprogramm. Ich glaube, dass wenn jetzt jemand Bedarf hätte und Empfehlungen möchte oder Ratschläge möchte, dann sind auf jeden Fall kompetente Leute in Wolfsburg vorhanden oder auch bei der Nationalmannschaft, die einem da auf jeden Fall helfen oder Ratschläge gibt. Gerade, was natürlich ein spannendes Thema ist, gerade bei Frauen, ist eben so zyklusabhängige Ernährung. Da ist es schon so, dass wir da einfach Vorschläge bekommen, was vielleicht in der jeweiligen Phase des Zykluses vielleicht relevant wäre oder dem Körper guttun würde. Aber das ist ganz individuell. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich schon sehr gut wissen, auf was man zu achten hat, was man braucht in der jeweiligen Zeit. Und wie gesagt, wenn man aber irgendwie Bedarf hat und nochmal Ratschläge möchte, dann stehen da auf jeden Fall die entsprechenden Fachleute zur Verfügung. Okay, es gibt gleich die nächste Frage aus dem Chat. Für die, die nicht auf einer Sportschule waren, kennt ihr den Konflikt, Sportunterricht und Training unter einen Hut zu bekommen? Kupertest vormittags und nachmittags ins intensive Training ist ja nicht ideal. Wurde da Rücksicht genommen in der Schule? Ja, also wir waren ja anfangs auch auf einer ganz normalen Schule, bevor wir dann zum Beispiel ins Internat gezogen sind. Und wir wurden immer für die Lehrgänge befreit, aber zum Beispiel Frühtraining konnten wir da nie wirklich machen, weil die Lehrer oder der Rektor uns dafür nicht befreien wollte. Und dann mussten wir das halt dann am freien Tag und nachmittags nochmal hinzufügen. Aber so ein bisschen Rücksicht ist da schon da, aber nicht so viel wie jetzt auf einer Eliteschule. Ich war tatsächlich auch auf einer Eliteschule des Fußballs. Das heißt, ich konnte morgens auch zweimal die Woche mit den Jungs vom KSC damals trainieren. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass man normal den Sportunterricht mitgemacht hat. Und wenn dann halt Kupertest war, dann ist man eben abends auch noch ins Training gegangen. Und ich weiß nicht, ich habe mir da damals nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sondern bin dann einfach ins Training gegangen und habe abends auch noch trainiert. Ja, das war so damals irgendwie. Also ich bin mit 16 schon zu Hause ausgezogen, war dann auch auf einer Eliteschule des Sports. Davor war ich aber auf einer ganz normalen Schule und da hat mich das auch nicht so gestört, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man jung ist, macht man sich da noch nicht so viele Gedanken. Wobei bei die Lara und die Leiter man jetzt sicherlich auch ein bisschen mehr schon auf die Belastungssteuerung achtet und da ein bisschen vorsichtiger ist. Dann würde ich einfach jetzt noch mal eine Frage in die Runde werfen. Wie alt wart ihr denn bei eurem Bundesliga-Debüt und beim Nationalmannschafts-Debüt? Ja, also leider nicht, haben bisher noch nicht unser Bundesliga-Debüt gegeben. Aber wir arbeiten weiter daran, dass wir das hoffentlich diese Saison noch erreichen. Aber bei unserem ersten U-Nazio-National... Bei unserem ersten U-Nazio-Spiel waren wir beide 14 Jahre alt. Ich muss jetzt erst mal rechnen, aber ich glaube, dass ich 18 war, als ich mein Bundesliga-Debüt gegeben habe und in der U-Nazio-Spiel habe ich nie gemacht und in der A-Nazio war ich, glaube ich, 23 oder 24, also verhältnismäßig auch relativ spät. Ich glaube, ich war auch 18 bei meinem Bundesliga-Debüt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, auch ähnlich wie du, Tabea. Machen wir mit einer Frage weiter, die vielleicht einfacher ist. An alle, was wärt ihr geworden, wenn ihr nicht Fußballerin geworden wärt? So der klassische Eintrag ins Freundebuch von früher. Ja, also ich wollte damals immer Köchin werden, weil ich Spaß am Kochen habe und ich glaube, vielleicht wäre ich in einem anderen Leben auf jeden Fall eine gute Köchin geworden. Ja, also bei mir ähnlich. Also wir haben uns noch nicht so viel damit befasst, aber ich wäre gerne mal zur Polizei gegangen oder würde es auf jeden Fall immer noch tun. Ich glaube gar nicht, dass ich unbedingt meinen Berufswunsch und der Fußball ausschließen. Ich glaube, dass ich tatsächlich auch den Beruf, für den ich mich dann entschieden habe nach dem Abi, dass ich den hoffentlich nach der Fußballkarriere noch ausüben kann und dann in der Neuropsychologie arbeiten darf. Und ich wollte auch Polizistin werden. So, dann geht es noch um Zweitsportarten, die ihr ausübt, wenn ihr Zeit habt. Die Verena hat ja schon verraten, dass sie mit Tischtennis angefangen hat. Und genau, also was übt ihr aus, wenn ihr Zeit habt außer Fußball und seid ihr da auch gut darin? Tischtennis hier bei Lehrgängen ist immer so eine Freizeitaktivität, die wir hier gerne spielen. Und ja, denke an der Platze sind wir auch nicht so schlecht, aber denke, in dem Profibereich würden wir da auf jeden Fall nicht mehr kommen. Ja, also früher habe ich auch noch andere Sportarten nebenher gemacht. Ich habe Basketball gespielt und war auch noch reiten damals. Aber irgendwann war dafür dann nicht mehr die Zeit, um das alles zu machen. Und jetzt, glaube ich, so, ja, macht man ja schon, glaube ich, dass man generell einfach Sport begeistert oder Sport verrückt ist. Und dann eben, wenn es die Möglichkeiten ergeben, jetzt, keine Ahnung, im Trainingslager haben wir ein bisschen Basketball gespielt oder mal spielt man Beachvolleyball oder Tischtennis, ist ja auch immer die Möglichkeit da. Ja, und deswegen glaube ich, dass es genug Sportarten gibt, die man dann auch noch ausüben kann und die auch sehr viel Spaß macht. So, dann fasse ich mal zwei Fragen zusammen. Und zwar ist die eine Frage, ob ihr gut Geld verdient mit eurem Job und ob ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Und gegenüber der Männerfußballwelt, ich denke, das geht ein bisschen Hand in Hand, was die Bezahlung angeht und vielleicht auch die Aufmerksamkeit. Also ich glaube, dass, ja, das ist natürlich ein sehr weitreichendes und sehr spannendes Thema ist. Ich glaube generell, was die Bedingungen im Frauenfußball anbringen, glaube ich, können wir uns, gerade jetzt würde ich sagen, bei den oberen 1 bis 4 oder 5, jetzt nicht beschweren. Ich glaube, in Wolfsburg und Bayern verdient man schon gutes Geld. Genauso ist es auch, glaube ich, in Frankfurt, da könnt ihr mich gerne korrigieren, oder in Hoffenheim. Aber ich glaube, dass es eben auch sehr um die Breite in der Liga geht, dass einfach alle die gleichen Möglichkeiten haben, dass alle Vereine, ja, dass alle Vereine konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, dass da immer noch teilweise Dinge passieren, die sich, glaube ich, in einem Männerverein keiner vorstellen kann. Und ich glaube, das sind Dinge, die einfach verändert werden müssen. Die müssen auch aufgezeigt werden. Ich glaube, es wäre auch mal einfach, ja, interessant zu gucken, wie die Männer reagieren würden, wenn sie vielleicht noch den ganzen Tag arbeiten gehen und dann abends auch noch ins Training und dann aber vielleicht irgendwie am nächsten Tag direkt die nächste Auswärtsfahrt und vielleicht auch noch im Bus arbeiten oder weiß Gott was. Da gibt es ja die wildesten Dinge, dass man keine festen Kabinen hat, dass man die Trainingsplätze wechseln muss. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die ja einfach schade sind. Und ich glaube, da ist einfach das größte Potenzial in Deutschland noch, um einfach, ja, die Liga gleichberechtigter und einfach die gleichen Voraussetzungen für alle zu schaffen. Und ja, ich glaube, das wäre ein guter Punkt, da einfach anzusetzen. Wobei ich glaube, dass ich hoffe, dass man jetzt auch durch die EM einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ja, es einfach auf einem, auf einem besseren Weg ist und die Hoffnung ist da, dass das aber eben nicht nur in den großen Vereinen ist, sondern dass es eben einfach für alle dann die gleichen Bedingungen gibt. Ich glaube, da braucht ihr, oder Verena, möchtest du noch was dazu sagen? Ich dachte, das war schon relativ gut ausgeführt, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hätte jetzt gar nichts mehr dazu gesagt. Dann wechseln wir nochmal die Sportart. Die Frage von Thomas ist, ob ihr gleich Handball schaut und was euer Tipp ist? Also, ich schaue Handball. Mein Tipp, gute Frage. Ich hoffe, Deutschland gewinnt. Ich werde mir das Spiel auch angucken, aber ich bin kein Handball-Experte, deswegen hoffe ich einfach, dass Deutschland gewinnt. Ja, also wir gucken jetzt auch nicht so oft Handball, aber wir hoffen natürlich, wie Tabea und Verena, dass Deutschland da auf jeden Fall gewinnt. Gut, dann ist das doch ein guter Abschluss. Dann entlassen wir jetzt auch alle, die jetzt nachher Handball gucken wollen, in den Feierabend. Eine Stunde. Vielen Dank für eure zahlreichen Fragen und dass ihr alle, die alle so ausführlich und persönlich beantwortet habt. Das, denke ich, war auf jeden Fall für alle sehr interessant. Also, für uns auf jeden Fall. Wir nehmen viel mit und wir sind sehr froh, euch jetzt heute als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Und ja, es war wirklich sehr cool. Dann, vielen Dank nochmal und dann verabschieden für uns.